Die Freiheit hört da auf, wo du die Freiheit eines anderen einengst. Und dieses, naja, aber es ist halt EM oder naja, es ist halt WM, das gibt es nur beim Fußball. Ist komisch, oder? Beim Eiskunstlauf gibt es das nicht. Ich möchte mal wissen, was los wäre, wenn bei der Schachweltmeisterschaft danach Autokonvois hupend durch die Stadt rasen würden und zum Fenster rausbrüllen, Schachmann, ein Zwölfziehen, oooohle, hee, 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 hee. Ja, das geht.